Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Landen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Landet. Landete. Hat gelandet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich lande. Du landest. Er landet. Wir landen. Ihr landet. Sie landen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich landete. Du landetest. Er landete. Wir landeten. Ihr landetet. Sie landeten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gelandet. Du hast gelandet. Er hat gelandet. Wir haben gelandet. Ihr habt gelandet. Sie haben gelandet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lande. Du landest. Er lande. Wir landen. Ihr landet. Ihr landet. Sie landen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich landete. Du landetest. Er landete. Wir landeten. Ihr landetet. Sie landeten. Den Schluss macht der Imperativ. Lande du. Landen wir. Landet ihr. Landen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb landen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.